Willkommen zurück zu VVVVVV Und ich habe mich mal ein bisschen auf der Karte umgeschaut Und ich habe gesehen, ich habe ganz viel nicht erforscht Also was heißt ganz viel, so richtig viel ist es nicht Aber, boah, schon noch einiges Nämlich hier, zum Beispiel Äh, ja, doch, zum Beispiel hier Also, würde ich mal sagen Hier könnt ihr natürlich auch Potentiäl ein Trinket sein Schaue ich mich doch hier einfach mal eine Runde um Oh, was haben wir hier? Aha, ein Terminal! Unser erster Durchbruch war die Erschaffung einer Inversionsebene, die eine Spiegeldimension hinter einem gegebenen Ereignis-Horizont erzeugt. Ach, das habe ich doch schon rausgefunden. Achso, hier ist noch ein Teleporter. Ähm, ne, passt schon. Passt schon. Ach, da komme ich gar nicht hoch. Ich möchte... Hier möchte ich hin. Aber komme ich da gar nicht hin gerade? Sieht hier außen rum. Sieht so aus, ja. Hi! Kann ich umdrehen, hier kann ich umdrehen. Okay, hier gibt es aber auch nichts mehr. Was ist hier noch? Darunter ist noch eine Fläche. Äh, auch nichts Neues. Okay. Dann ist hier direkt über mir noch ein bisschen was Unerforschtes. Auch nichts wirklich so Interessantes. Boah. Gut. Das war's dann irgendwie so, ne? Bis halt auf die Trinkets. Von denen ich mir gerade leider nicht ganz sicher bin, wo die alle sind. Das heißt, ich werde mich jetzt zu einem Teleporter begeben. Hm. Der Nächste dürfte im Schiff sein. Zumindest der Nächste einfach reich machen. Mich mal Richtung Anfang teleportieren. Ah, ich lege den so hoch. Hm. Ne, da komme ich nicht rein. Aber da oben links ist auch noch ein Teleporter. Ich glaube, ich nehme den. Der ist ja gerade hier ums Eck. Hey, genau getroffen. Genau den da. Ne, meine ich. So. Ich möchte bitte relativ zum Anfang. Jetzt müsste der hier... Ne, der hier ist, glaube ich, der Anfang. Oder? Moment. Das geht mir mal eben an. Ja, das ist der Anfang. Und... Ne, Moment. Plötzlich ist es nicht der Anfang. Das ist der Ausgang des Anfangs, oder? Wo komme ich denn da her? Und der hier sein, oder? Ne, genau. Bei dem habe ich mich am Anfang wegteleportiert. Das heißt, das Trinket müsste irgendwo hier sein. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste hier irgendwo ein Trinket sein. Das ist tödlich. Ups. Ups, das ist tödlich. Immer noch. So, bloß. Ups. 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 Einfach nach links gedrückt halt. Äh, doch nicht. Doch nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen im Moment. Was? Oh. Hm. Meine Güte. Wie, wie stelle ich mich denn gerade wieder an? Geht doch. Äh, so. Ach, ich muss vorher... Ja, ja, ich muss vorher runter. Von dem, ähm... Von dem Band. Von dem Transportband. Weil sonst die Lüge in mir spawnt. Nein. Das war blöd. Nein. Das war komisch. Das war dumm. Das war bescheuert. Das war doof. So, jetzt aber. Ja. Geht. Ich hoffe, ich bin hier überhaupt richtig für das Trinket. Ja, hier ist das eine. Hier ist Winividevici. Das werde ich mit nicht holen. Ich meinte, hier war doch noch irgendwo eins. Äh. Hier war doch noch irgendwo eins. Wo ich mich, äh, hätte fallen lassen müssen an der richtigen Stelle. Aber leider an der falschen Stelle dann den Weg genommen habe. Hops. Und äh, äh. Ach, hier ist ein Checkpoint. Ich dachte, ich war wieder vor dem Space Invader. Mwoh. 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 Was zur Hölle tue ich hier? So, geht doch. Ah, hier ist noch eins. Ah, genau. Ja, komm, das hole ich mir jetzt. Da weiß ich ja, wie es geht. So nicht. So, ich muss hier durchkommen. Ohne zu sterben. Äh, ne. Doch, ja, ohne sterben. Logischerweise. Aber eben auch ohne ein Checkpoint zu aktivieren. Das hat schon mal geklappt. Wow. Oh, das war schade. Das war echt blöd. Mwoh. Ich glaube, ich habe raus, wie das hier funktioniert. Ich muss mich hier direkt hinten dran klemmen. Genau so. Das war dumm. Das war einfach nur dumm. Wie gesagt, ich muss hier den hier aktivieren. ...aktiviert lassen, damit ich oben das eine Ding zerstören kann. Und mich dann sterben lassen kann, damit ich nicht den Raum wechsle, während ich sterbe. Denn dann ist die eine Plattform, die ich zerstört habe, wirklich weg. Und, ähm... Oh, wie dumm. Oh, wie dumm. Und wenn die Plattform nicht weg ist, dann... Also, wenn die Plattform wirklich weg ist, dann fährt halt das Teil rüber und ich kann mir das Trinket holen. Oh, mein Gott, ärgert mich das gerade. Woher komme ich denn jetzt da rüber? Ach so, ja, klar. So nicht. Aber so. Nein! Oh, komm schon. Hä? Da habe ich aber gerade echt umgedreht. Muss ich überhaupt umdrehen? Ne, muss ich nicht. Ah, ich muss hier einfach nur zurück. So. So. Jetzt. Ah! Egal, ich bin drüben. Das ist okay. So, das erste nehme ich unten, dann gehe ich auf das zweite unten dran. Und dann bin ich erst mal sicher. Meine Güte, wie dumm. Ja, was ist denn da? So, ich bin sicher. Total sicher. Ah! Das klappt einfach nicht. Moment, da habe ich... Ah! Da war ich abgelenkt. So, jetzt aber. Nein! Da war mein Daumen zu nervös. So, jetzt. Jetzt klappt es. Da bin ich zuversichtlich. Diesmal klappt es. Jetzt nicht flippen? Genau. Habe ich jetzt geflippt, wäre ich ausgeflippt. Oh mein Gott, wie komme ich da rüber? Ah, so nicht. Das ist zwar irgendwie komisch. So, also hier unten, unten, oben, unten. Einfach gemütlich rüberlaufen. Sehr gut. Nein! Nein! Ach, nö. Jetzt muss ich ja echt wieder zurück. Ah! Das muss doch machbar sein. Das ist ja, glaube ich, echt noch eins von den... Ja, es ist schon eins von den schweren Prinkets. Das ist schon wichtig. So, wie schaffe ich das jetzt? Ich muss da runter links neben das Teil. Dann muss ich hoch rechts sehen das andere. Und das Ganze am besten möglichst schnell machen. Damit ich da nicht von den Bändern groß transportiert werde. Zum Beispiel so. Yeah! Also hier, wie gesagt, durchfallen. Zack! Ich bin wieder hier. Und jetzt... Ist egal, ist egal. Alles gut, alles gut. Nichts passiert. Ich hab's geschafft. Ja! 18 von 20. Ja! Geschafft! Oh mein Gott, wie gut. Oh, wie gut. Geschafft. Jetzt brauch ich nur noch einen Teleporter, um das Ganze speichern zu können. Wo ist denn der Nächste? Ich hab irgendwie keine Lust, nach vorne zu gehen. Ich geh jetzt wieder zurück. Das ist mir jetzt irgendwie zu blöd. Hab ich das jetzt zu oft gemacht. Oder ist da oben direkt einer? Ne, warte mal. Oh, ist doch direkt einer, ne? Na ja, ne. Ja, doch. Eigentlich schon. Na komm. Jetzt kann ich's ja. Zumal das ja hier mit den Checkpoints auch noch einiges leichter ist. Ich sprach, er und starb. Junge, lern dich nicht so an. Oh. So, und weil ich es darf, speichere ich auch gleich. So. Genau. Ein Teleporter. Sehr schön. Und beim nächsten Mal werde ich mal gucken. Wie gesagt, ist es nicht das... Es ist nicht dieses Trinket, das ich holen wollte. Es war ein anderes. Ähm, ich bin mir mal grad nicht sicher, wo das war. Äh, ich find das mal raus. Und dann werde ich in der nächsten Folge mir das 19th holen. Ah, Moment. 19th. Warte mal. Es gibt doch hier ne neue Musik. Okay. Okay. Leute, ich hab doch jetzt... Wie krieg ich das jetzt? Schauen wir mal, ob ich ein neues finde. Okay, das ist das, was gerade läuft. Das kennen wir auch. Das kennen wir auch. Das ist der Start. Das kenn ich. Das kenn ich nicht. Das kenn ich. Das kenn ich auch nicht. Okay, doch. Das kenn ich. Dann ist das wohl das neue. Und es heißt... Popula Potpourri. Ich glaube, ich bin deine die Folge so. Oh, ist das toll. Oh, ist das super. Ich lasse mal ne Runde laufen. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020